da brauchst du einen schlüssel ach so ja ich habe einen schlüssel ja dann mach mal genau da ist das rad drin den boden so heftig gesichert da ist ja echt ein rad drin wir brauchen die kurbel noch da mach ich doch gerade so dreh go 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 ach so er ist jetzt der wasserträger garstiger hobbit mein schwert leuchtet blau los töten wie sie alle ich switch mal ich sammle jetzt schnell die sachen ein das habe ich schon mit mir doch nicht noch mal hier die scheiße davor ein paar bonus punkte bekommen hat die sammeln mhm sehr gut sehr gut hier soll ich mal rechts drin noch sehr gut sammel alle waren ein bauplan und darum baller mal gegen mit legolas legolas oder ja hier direkt hier bei mir links und dann schon auch wo zielt er denn hin ach guck mal was ich mach sieh geht nicht da muss noch einer dran da haben wir schon ach so haben wir schon ja genau wir verbarrikadieren da und dann hauen die jetzt kaputt wenn die da so durchgedüst werden dann hätte man die locker getötet ey aber in dem film war das ja richtig krass ja da waren aber auch sehr viele ne ja hör ich sterb direkt an der tür ja dann geh nicht dahin ja wie tf wird sollen das wir müssen doch wahre abenteuer werden ja so nicht ja so nicht wenn du immer schriegst kollege das ist mal mit nem riesen schwert hier das ist hier schon ja ne das ist ja gar nicht die glück boah ich nehme den zauberstab ey hä soll ich den geht doch da magier dann räuchte mich einfach durch ich hau alle kaputt ist mir doch egal oh hups hab einen von uns getötet der hat immer nur seine Pfanne oh sie haben einen Höhlen troll oh ja äh oh warte der haut die Kisten kaputt komm mit rein hier ja wo bin ich denn ach so ich werde Legolas ah hier guck mal guck mal ich kümmer dich auf ihn ach dones duke mein Schüttschild genau was mir echt viel brachte ey dieser Drecksaffe oh wie kann ich denn meine Fähigkeit nutzen ach so was soll ich denn hier machen guck mal guck mal guck mal guck mal er will mich er will mich wo ist der Zwerg keine Ahnung muss da oben einen hinschmeißen boah ist das Ätzen mit dem womit mit Gandalf viel Rad ey komm Gandalf guck mal guck mal 0 Punkte hab ich das denn geschafft boah bist du schlecht okay hier bin Gummli Gummli ich bin Gummli komm was wolltest du denn von mir ne du musst hier hoch ach so ich muss hier hier auch rein what the fuck geh da rein wie denn das ist ja das ist ja ach so korrekt jetzt macht alles einen Sinn aber dann bleiben wir hier oben drauf stehen der will aber dich hm ja komm her ja weißt du baller mich an jetzt sterbe ich weißt du wir sterben ach so was für ein Chaos wo bist du hier bei ihm nimm ich hier rum ja baller mich an und schau mich nochmal was immer jetzt nimm ich doch und dann lauf komm doch dann lauf ey jetzt bin ich schon wieder tot wegen dir jetzt ja dann nimm mich doch und dann hör auf mich an zu ballern hä hä was hast du denn überhaupt vor ich wollte dich hier hochschmeißen oder musste er dich einfach oben hin hauen warte 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 provoziere denn mal ah geh auf sein seil warte ich hätte ihn auch von hier aus getroffen geh auf sein seil los äh hoi 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 boah wie der mir auf den sack geht der gegner ne hier geben die du kannst da rein da ist jetzt ein eingang am rand voll knapp wo bin ich aha und dann keine ahnung super yay wahrscheinlich anlocken oder so ahaha guck mal ahja tot bam ja frodo hä achso achso ich erinnere mich oh achso ich bin noch nicht da ja was soll ich denn jetzt hier oben wer ist denn da oben drauf keiner noch einer ist da oben drauf naja stimmt ah bist du ja aah ching 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 schnell ins gesicht ballern mit legolas noo jetzt ist er woanders als für ein homo warte voller eier naja nein mein herz aua und ich bau nochmal schnell zusammen ich hab da nichts zu tun so fertig gebaut und jetzt krabbel da irgendwo rein wozu scheißegal nur so ho schnell wo müsste ich denn ah jetzt guck mal hier muss ich immer machen ja ho ho ich bin falsch oh WTF ah ich muss doch machen was ich nehm legolas zack 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 die nehm du legolas ja bin ich doch achso jetzt erst hallo einfach baller du einfach geht nicht ja du musst du nicht zählen das ging trotzdem nicht ich konnte es gar nicht ballern ja ah jetzt aber das war du jetzt nochmal vor links ich geh links durch ja schnell ja dann muss er jetzt zu mir kommen ah ich hab's na der kommt sogar ja klar das ist ein event bam 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 bohren wir wenig hier ist man nach vorne scheiß wache davor boah warte diesen scheiß kampen frodo er mit seiner pfanne ey er lebt noch ja er lebt noch als das auge sieht wow genau 3d brüllen mhm dabei fällt mir gerade was ein der film kommt bestimmt mal in 3d raus machenste ja klar die überarbeiten den jetzt gerade und dann kommt der nun mal von 0 raus nach hobbit natürlich alter und dann harry potter wahrscheinlich auch nur ne ich wollte jetzt noch die metallen potter nochmal einnehmen ja krass ey die sollen sie lieber mal um neue filme kümmern speicher links wer bin ich wer bin ich achso hier wieder so ein Affe achso ich bin schon einer achso wir müssen einfach nur überleben die ganze Zeit ne hier ist einer mit dem Helm oh ich hab ich hab in Gandalf eingestochen kein Problem alter guck wie viel dagegen rennen ja what the fuck oh da ist eine boah jetzt sogar 5 ich bin fast toooood 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 lego das macht das schon boah oh oh silberlinge guck mal wie wenig punkte wir jetzt haben ja du nein insgesamt meine ich insgesamt hat so viel weniger ne hä ja geil bin jetzt direkt oder was ja boah hier links ist was kann man eigentlich Game Over gehen in dem Spiel? weil eigentlich hier nicht ne ich glaube nicht aber ich schieße nicht immer an die ganze Zeit find ich gut ein Ballon ein Dämon aus der alten Welt ein Feind gegen den ihr nichts ausrichten könnt lauft flieht ihr Narren kommt gleich warte da ist was da brauchen wir viel mehr Spezialfähigkeiten wieder viel mehr schnell lauf hä geht ja auch nicht geht ja gar nichts oh ich glaube wir müssen aber was zusammen bauen damit wir da raus kommen basteln wir erstmal ne Runde wieder einmal aus Lego Wasserstellen schöpfen ah Pipin wo ist Pipin? Pipi Sam Brodo bist du schon Pipi? unten oh soll das hier bringen? ja genau weißt du? ich baue ich bin Pipi ich hab Pipi gemacht achso dann schieben we need Gandalf hui hui da es klappt sehr gut Lego Technik jetzt müssen wir den Hebel finden wo ist der denn? wo ist der denn? ich suche jetzt schon in allen Kisten und zuhause alles überlege also wer da denn echt muss doch so ne Maschine zusammenbauen ich glaub dann hätten die das nicht geschafft der liegt doch hier hä? ups hä? ich mach schon achso er ist da ja toll noch niemals ganz auf haha geht sogar oh ich weiß was jetzt gleich kommt nein Jump Run Action fasst mich nicht an ich bin cool da oben direkt gegenballern da oben da oben Legolas was was ist statt? aaaah ua 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 aaaaah speicherbuchse warum hab ich nen Helm auf? Weil du ein Mädchen bist. Achso, da war ich dort, weil ich was gefunden habe.